Gestern war es tatsächlich soweit und ich war bei meiner ersten Pressekonferenz vom FCK und schon einmal als kleine Info vorab, ihr werdet in diesem Vlog keine Bilder oder Videos vom Innenraum sehen, da das wie gesagt mein erstes Mal gestern war, wo ich, ich sag jetzt mal intern beim FCK unterwegs war und das glaube ich ein bisschen dreist gewesen wäre, wenn ich da dann einfach mal anfange zu filmen und zu fotografieren, ohne jemanden da zu kennen oder fragen zu können. Auch wenn der Pressesprecher Stefan Rotzkopf, nachdem ich ihn etwas kennengelernt habe, gesagt hat, wenn ich mal was für YouTube machen wollen würde, wäre das alles kein Problem, man könnte das regeln, also gibt es dann vielleicht in Zukunft ein paar Videos und Fotos, weil ich denke, dass das nicht die letzte PK war, zu der ich gehen werde, aber wie gesagt in diesem Video erstmal nicht. Und ich würde einfach mal ganz kurz etwas berichten darüber, weil im Grunde ist es ja relativ unspektakulär, weil es ja in Anführungszeichen nur eine Pressekonferenz ist, aber gerade als Fan ist es dann doch ein bisschen überwältigend gewesen und sehr viel Input auf einmal. Ich habe mich um, ich glaube es war halb zwei mittags, also eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz mit einem Kollegen von Treff.betze getroffen. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne bei Treff.betze auf der Website vorbeischauen, ich schaue den Link in die Videobeschreibung. Und dann sind wir zusammen ins Stadion gelaufen, in den Presseraum und da warteten dann auch schon vier, fünf andere Journalisten. Und ich war gestern auf jeden Fall in der Rolle des Beobachters unterwegs, denn wie gesagt, ich habe dort überhaupt gar keinen gekannt und keiner kannte mich. Und deswegen bin ich Gott sei Dank gestern nicht alleine hingegangen, weil ich hätte nicht mal den Presseraum gefunden, ich wäre komplett überfordert gewesen. Und ich habe auch gestern den Pressesprecher Stefan Rosskopf kurz kennenlernen dürfen und er hat jetzt auf jeden Fall mal ein Gesicht zu meinem Namen und weiß auch einigermaßen, wer ich bin und dass ich für Treff.betze unterwegs war gestern. Ja und die Pressekonferenz, also mir wurde gesagt, dass ich eine gute Pressekonferenz erwischt habe mit vielen Fragen und auch mehr Journalisten als sonst. Mein Kollege Dirk meinte nämlich auch, dass es auch schon Zeiten gab, wo man nur mit zwei, drei Journalisten irgendwie ein, zwei Fragen gestellt hat. Und dann war die Pressekonferenz nach fünf Minuten auch schon wieder vorbei. Und dann habe ich wohl gestern eine sehr gute Pressekonferenz erwischt. Ich glaube, die ging auch fast eine halbe Stunde. Und ich habe gestern noch keine Frage gestellt bzw. auch noch keine Frage stellen wollen, weil ich erstmal, wie gesagt, stiller Beobachter war und das alles erstmal so ein bisschen auf mich wirken lassen wollte. Und den Prozess und die Abläufe kennenlernen wollte. Und ja, nach einer halben Stunde war der ganze Spaß dann auch schon wieder vorbei. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich gerne mitgenommen habe. Und wer weiß, vielleicht kommt dann doch noch irgendwann der Tag, in dem ich dann selbst auch nochmal eine Frage stelle oder vielleicht dann wirklich öfter zu Pressekonferenzen gehe. Was ich auf jeden Fall feiern würde und vielleicht gibt es dann in Zukunft vielleicht nochmal ein Update, ein Vlog-Update mit Videos und Fotos aus dem Innenraum. Und da das jetzt mein erster Vlog war in dieser Form und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich jetzt eine Abmoderation mache, sage ich einfach Ciao.